Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde zu einem neuen Tekken 8 Online Ranked Video. Ja, ich spiele weiter mit Raven. Naja, was heißt? Ich übe weiter mit Raven zu spielen. Ja, mal gucken ob wir Glück haben. Oh Gott, das hängt aber an. Oh Gott! Verdammt. Oh, krass. Aber ey, ich kann nicht spielen. Drei Bildverzögerung, also drei Frames Bildverzögerung, ne? Wahnsinn. Oh Gott, echt jetzt? Hä? Ich hab den Knopf gar nicht gedrückt. Und der ist trotzdem rausgekommen. Guck mal, wie er hängt. Meine Güte, nee. Nee. Round 3. Fight. Okay. Okay. Oh, was? Auf so eine Entfernung schafft er mich zu greifen. Krass. Und da kriege ich... Und da kriege ich noch einen Counter-Hit von ihm. Wahnsinn. Ja, habe ich mir gedacht. Habe ich mir gedacht. Ey, meine Güte. 126. Okay. Na, verdammt. Das gibt's doch einfach nicht. Unglaublich. 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 Also, er hängt. Ich bleib zwar drinnen, aber das ist so ärgerlich. Oh, Mann. Natürlich machst du das. Nein. Oh, Mann. Oh, nehmt. Ja, es ist ziemlich ärgerlich, dass es hängt. Und? Oh, was? Nein. Das hat mich nicht erwischt, was? Krass. Oh Mann. Oh Mann. Ja, würde ich empfehlen, nicht mit W-Lon zu spielen, GG. Kaum Punkte, krass. Aber gut. Ja, suchen wir uns den nächsten Gegner. Okay, unser nächster Gegner ist Jhin. Okay. Round 2. Fight. Was? Das kriegt er noch mit nem Kombo? Oh Gott, warum bin ich da hochgesprungen? Krass. Oh Gott. Ich dachte, der würde einen Law machen. Ist der im Plus nach dem Teil da, oder was? Ich hab blockiert. Ich hab blockiert. Mein Powercrash. Und der kann mit nem Launcher meinen Powercrash durchbrechen. Na klar. Na klar. Na klar. Mit nem Launcher Powercrash durchbrechen. Warum auch nicht. Okay. Amen. chega! Danke! Scheiße. chlor, favo, j legitimand. Hero. Hope. hautsch okay haben wir ja der drückt ziemlich viele knöpfe finde ich aber grundsätzlich djinn spieler die spielen sehr sehr aggressiv also die lassen kein keinem ja keine maus zu atmen also sie machen ziemlich viel druck ja ich wollte auch in launcia machen aber natürlich dahin lang schnell schneller ja gut geblockt hautsch Okay, haben wir. Sehr spannend. Oh Gott. Wahnsinn. Einfach nicht. Ja, mein Powercrosser schneller. GG, GG. Okay, unser nächster Gegner ist Steve. Mein allgehasster Steve. Mit 218 Tekken Power. Okay. Oh. Nein, nein. Ich konnte einfach meinen Heatsmash nicht machen. Das gibt es doch einfach nicht. Hä? Ja. Huch. Okay. Okay. Wahnsinn. Das erste Mal, dass ich so viel Glück gegen Steve habe. Okay, schauen wir mal, ob wir die zweite Runde, also den zweiten Match auch gewinnen. Ja, also ich habe schon im letzten Video gesagt, was soll man dazu noch sagen, aber ja, GG. Okay, unser nächster Gegner, Eddy aus Amerika, also der Server war in Amerika, krass. Und der ist noch mit WLAN, Halleluja. Anders geht es dir noch gut. Ja. Ich habe keine Ahnung, war er kurz ab oder was? Okay. Ah, gut, er hat 120 Tekken Power, also auf 120.000. Oh, man. Er hatte 4% Verbindungsabbrüche, ne? Kann ich das irgendwie speichern? Nee, nicht nachher, oder? Schade. Aber ja, schade. Also, du bist zwar nicht so gut, aber wie gesagt, es lohnt sich nicht abzubrechen. Also spiel lieber, lernen lieber was draus, als abzubrechen. Naja, dafür kein GG. Suchen wir uns den nächsten Gegner. Okay, nächster Gegner, Feng. Mit einem, ich glaub 229, 224.000 Tekken Power. Okay. Oh, wo ist der? Okay. Na gut, bei so. Okay. Ah, ich wollte auch den unteren Schlag machen. Oh, was? Der war schneller. Warum konnte ich da... Ach, nee, das war ja ein anderer Schlag. Okay. Wahnsinn. Okay. Verkackt. Nein. Nein. Schade. Oh, Gott. Der niedrige Launcher und ich... Natürlich. Natürlich. Oh, was? Nicht gewollt. Oh, Gott. 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 Was für ein Pressing. Der konnte einfach nichts machen. Krass. Der konnte da einfach nichts machen. Wahnsinn. Also Raven in Heat. Raven in Heat ist ein Monster und ein 224.000 Tekken-Power-Typ cancelt, weil ich ihn mit Raven fertig gemacht habe. Und er hat mit Feng gespielt. Feng ist Top-Tier-Kämpfer, wenn nicht der beste Kämpfer nach Dragunov. Und er cancelt. Aber ja, GG. Suchen wir uns den nächsten Gegner. Okay, unser nächster Gegner, Jun. Ich hasse Jun. Aber der Kämpfer hat einen ziemlich coolen Namen. Anna for Tekken 8. Okay. Ah, zweiter Schlag. Oh. Nein, nein. Nein, verdammt. Ich wollte Hellsweep machen, aber wie gesagt, ich bin noch ziemlich unsicher auf der Seite. Na gut. Ja, darf ich bei ihm nicht machen. Sofort, wenn ich mich nähere, macht er den Launcher. Oh. Oh. Okay. Krass. Krasser Match. Krasser Match. Oh. Genau, wo ich... Genau, wo ich... Ja, der läuft ständig zurück. Ja, der läuft ständig zurück. Ärgerlich. Was? Oh, natürlich. Ja, der weiß, der weiß, der weiß Bescheid, dass er da reinstechen kann. Ich darf da kein Pressing machen. Okay. Ah, falschen Knopf. Ey, das hatte ich schon mal. Das hatte ich schon mal. Wieso kann sie, wenn ich blocke, beim Aufstehen einen Launcher machen? Wieso funktioniert das? Ich habe nicht nach unten geblockt. Ich bin also aufgestanden mit dem Rückwärtsblock. Und ja. Also ich werde das auf jeden Fall ins Video reinpacken. Ich glaube, das ist schon der vierte, der cancelt. Ich weiß nicht, warum. Er hat doch gewonnen. Aber ja, GG. Okay. Unser nächster Gegner, Kazuya. Mensch. Wie ein Holzfäller. Hallo? Lebst du noch? Ja, anscheinend schon. Na komm. Was ist los? Ich verstehe diese Spieler nicht, die am Anfang nicht spielen. Sind sie ab oder was? Haben sie Post bekommen? Ah, verdammt. Okay. Okay. Na. Ja. Okay. Nein, warum mache ich den Trick? Okay, Schmerz. Nope. Ja. Na gut. Mal schauen, ob er ein Rematch will. Anscheinend nicht. Das ist glaube ich schon der fünfte, ne? Okay, okay. Ich weiß nicht, warum das so ist. Na gut, na gut. Dann ist es halt ihm so. Okay, nächster Gegner. Hoher Rank. Meine Güte, es könnte schwer sein. Autsch. Jupp. Jupp. Genau. Das war's. Das ist wirklich krass. Nicht dein Ernst, oder? Nein. Hätte ich nicht machen sollen. Verdammt. Verdammt. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wie viele Würfe willst du denn machen? Kann ich auch machen, ey. Nein. Ich dachte, der würde einen niedrigen Schlag machen. Okay. Na gut. Okay. 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 Da haben wir. Kommt, Rang Aufstieg. Geil. Geil, geil, geil. Und er cancelt wieder. Das gibt's doch einfach nicht. Was ist denn los mit den Leuten? Was ist denn einfach los? Oh Mann. Oh Mann. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Aber ja, wir sind Rang aufgestiegen. Also würde ich sagen, machen wir Schluss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Bock auf weitere Tekken 8 Videos habt, würde ich euch die empfehlen. Wenn ihr Bock auf Helldivers habt, würde ich euch die empfehlen. Und ja, ich würde auch sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Hoffentlich canceln dann nicht so viele Leute, weil sonst macht es keinen Spaß. Aber ja, so ist es halt.